Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrampf zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Wichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Matyra, Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keitel, Jogel, Krebs und Butter. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiner war ein Befehl! Wer sieht sie? Der Angriff Steiner hat mich belogen! Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Die gesamte Generalität ist dem Zweite als ein Haufen, nie das verrestliche Treue unter Feindlinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verbrechen... Sie sind Feindlinge, verreißen Fassade! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Güllerre ist der Geschenk des deutschen Fassades! Sie sind ohne Ehren! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademie zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Gabel hält! Jahrelang, dass das Militärmeleaktion nicht nur behigert! Es hat mich jeden Morgen mit dem Widerstand in den Welt gelegt! Es hat der Kult daran getan! Und dann haben alle Hörnoffiziere liquidiert, und dann bin Stalin! Es war nie auf einer Akademie. Und dann habe ich allein, allein aus Misters Geld, ganz Europa, erobert! Verratter! Von allem Einfalle an, bin ich so verraten und betrogen worden! Es war ein ungeheuer Verratter über deutsche Volke! Aber alle dieser Verratter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das Saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte, Gerda, beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprachen! Es ist unmöglich unter diesen Umständen zu führen! Es ist aus! Der Trick ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich das in Berlin verlasse, irren Sie sich gewaltig! Eher jagge ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! Hestetlich! Du kannst auf jeden Fallein! Gehen Sie auf jeden Fallein! Das ist nicht so schön! Beroß, abgültet Taking wassfam! Gegen nachdem du Papa-Berich Dich, als ich Lily erinnere, Kuchen zu tun! Vielen Dank.